Hast du ein bisschen Kleingeld für die Waschanlage? Ja, eine Spardose. Da war ich. Ist leer. Na, ich hab's ja auch versteckt. Falls jemand einbricht. Keiner bricht wegen Münzgeld ein. Wo ist es? Wo würde der Dieb das Geld niemals vermuten? Im Kühlschrank. Hier ist nix. Probier mal den Eiswürfelspender aus. Da drin?